Servus miteinander, wir sind heute in Oberbayern unterwegs. Schauen wir uns eine Autosammler-Halle, irgendwo so, und da sind richtig coole Autos da. Herbert ist auch noch dabei, von International Uhrwerksfotografie, auf Facebook und auf Instagram vertreten. Genau, Link kommt unten. Genau, und aufklicken, gefällt mir drücken, muss sein. Gut. 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 Vielen Dank. Was wird denn das einmal gewesen sein? Habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nicht solche Maschinen. Ach, wieder Luft. Ich habe noch nie gesehen. 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 holen sie gesehen. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen. Vielen Dank. 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 Wahnsinn. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.